Vitamin D ist gut für die Knochen, Omega-3-Fettsäuren sind gut fürs Herz und regelmäßige Bewegung kann ganz vielen Alterskrankheiten vorbeugen. Das war bisher die einhellige Meinung, auch von Ärzten und Medizinern. Und dann kam die neue große internationale Studie, Do Health ist ihr Name. Und das Ergebnis? Alle drei zusammen, also Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und regelmäßige Bewegung kann das Krebsrisiko um bis zu 61% senken. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Leiterin dieser Studie befragen darf, zu allem, was zu diesem Dreier-Cocktail wichtig zu wissen ist. Und das ist die Lehrstuhlinhaberin Altersmedizin und Altersforschung der Universität Zürich und Gastprofessorin Giro Science am Universitätsspital Toulouse in Frankreich. Professor Heike Annette Bischoff-Ferrari, danke, dass Sie da sind. Liebe Frau Ruge, vielen Dank für die Einladung. Also wenn ich vielleicht gleich mit einer etwas kritischen Frage einsteigen darf. Ich habe viele Studien gelesen und ich denke, das geht ganz vielen, die sich mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen, ähnlich. Die, die zu dem Schluss gekommen sind, Vitamin D oder Omega-3-Fettsäuren, also die bringen eigentlich für ein gesundes, langes Leben Garn. Wie kommt das, dass diese Wirkstoffe so unterschätzt wurden? Grundsätzlich macht es Sinn, dass präventive Massnahmen wie Omega-3 und Vitamin-D-Supplemente vor allem bei Menschen schützende Wirkungen entfalten, die einen Mangel haben. In den letzten Jahren wurden zunehmend Menschen untersucht, die keinen Mangel haben. Und hier zeigen sich tatsächlich unterschiedliche Resultate. Wir sprechen heute über die zwei grossen, kürzlichen, hochqualitativen, randomisierten Studien Do Health und die Partnerstudie Vital. Und hier zeigt sich ein Hinweis, dass Menschen ohne Vitamin-D-Mangel und relativ gesund möglicherweise doch schützende Effekte mitnehmen dürfen von einer zusätzlichen Supplementation mit Vitamin-D und Omega-3. Also, auch wenn ich im Blut nachweisen kann, meine Spiegel sind eigentlich super, auch dann macht es für mich Sinn, zu supplementieren, wie es ja so schön bei den Nahrungsergänzungsmitteln heißt. Vielleicht können Sie uns gleich zu Beginn noch die wichtigsten positiven Überraschungen servieren, die aus Ergebnis dieser beiden Studien sind, für unsere Gesundheit. Also konkretisieren, wo helfen die uns, gesund zu bleiben? Einerseits zeigte sich in Do Health. Das war ja eine große Studie über fünf Länder hinweg. Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich und Portugal und teilgenommen haben Menschen im Alter von 70 und älter, die alle als relativ gesund und aktiv rekrutiert wurden. Und bei diesen Menschen zeigte sich einerseits, dass die wenigsten einen Vitamin-D-Mangel hatten und bezüglich der drei untersuchten Massnahmen, Vitamin-D, Omega-3 und ein einfaches Trainingsprogramm für zu Hause keinen zusätzlichen Benefit für verschiedene Outcomes hatten. Hier gehört dazu das Knochenbruchrisiko, das Gedächtnis, die Beinfunktion, der Blutdruck und das Infektrisiko. Hier zeigte sich, dass sich zum Beispiel für die Gedächtnisfunktion und auch für den Blutdruck alle verbessert haben, unabhängig von der Intervention. Ein ganz anderes Bild zeigte sich für das Krebsrisiko und das Risiko einer frühzeitigen Gebrechlichkeit. Hier zeigte sich für alle drei Massnahmen ein kleiner Benefit, der dann in Kombination sich verstärkte, also bezüglich neuen Krebserkrankungen in der Dreierkombination eine 61-prozentige Verminderung zeigte und bezüglich frühzeitiger Gebrechlichkeit eine 39-prozentige Verminderung. Jetzt, wenn wir schauen, inwieweit das übereinstimmt mit Vital, dort wurden Menschen ebenfalls recht gesund im Alter von 50 und darüber insgesamt 25.000 Personen in Amerika rekrutiert. Und dort wurde ebenfalls Vitamin D und Omega-3, die gleiche Dosierung, untersucht. Und hier zeigte sich für das Krebsrisiko eine Verminderung der schwerwiegenden Krebserkrankungen mit Vitamin D über fünf Jahre und es zeichnete sich eine Abnahme der Krebsmortalität ab und eine signifikante Verminderung der Autoimmunerkrankungen. Und in Vital waren auch nur wenige, insgesamt 12% der Teilnehmer hatten einen Vitamin-D-Mangel. Bezüglich Omega-3 zeigte sich in Vital eine signifikante Verminderung des Herzinfarktrisikos um 28% und bezogen auf alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neue Erkrankungen eine 19-prozentige Verminderung. Allerdings wieder vor allem bei denen, die wenig Omega-3 über die Ernährung hatten, also wenig Fisch in der Ernährung genossen haben. Jetzt haben sich schon einzelne Kandidaten dieser Dreierkombination im Studienergebnis erwähnt. Und die sind ja schon gut. Interessant, weil es gab ja früher oder immer wieder Studien, die sagen, nö, das bringt ja gar nichts. Ich würde gerne mal auf alle drei Kandidaten erstmal separat eingehen und dann nochmal die Dreierkombination in ihrer Zusammenwirkung für unsere gesunde Langlebigkeit unter die Lupe nehmen. Fangen wir doch beim Vitamin-D an. Vor der Do-Health- oder der Vital-Studie hatte man ja schon einiges Positives mit Vitamin-D assoziiert, gerade was den Knochen angeht. Warum sollten wir, gerade wenn wir älter werden, Vitamin-D supplementieren? Das ist für alle interessant. Genau, die klassische Aufgabe von Vitamin-D war und ist natürlich immer noch die Knochengesundheit in jedem Alter. Und dort gelten immer noch die heutigen Empfehlungen von den 800 Einheiten Vitamin-D, vor allem auch gerichtet an Menschen ab 60 und das auch bezogen auf das Sturzrisiko. Und hier haben wir eine gute Literatur, die zeigt, dass Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel haben und ein erhöhtes Risiko für Osteoporose oder Stürze haben, die profitieren von den 800 Einheiten Vitamin-D mit einer Risikoverminderung um etwa 20 bis 30 Prozent. Und wenn man jetzt schaut, was hat Vitamin-D für weitere Funktionen und warum ist das Alter hier ein Thema und natürlich auch insgesamt, wie wir älter werden, dann ist relevant, dass Vitamin-D ja eigentlich ein Produkt ist, was wir selbst produzieren können in unserer Haut über die Sonneneinstrahlung. Das Thema ist jetzt einfach, dass wenn wir älter werden, die hauteigene Produktion jetzt im Vergleich zu jüngeren Menschen etwa vierfach abnimmt und ältere Menschen dazu tendieren, die direkte Sonnenexposition zu vermeiden. Das sind zwei wesentliche Gründe, warum wir vor allem bei älteren Menschen auch ein höheres Risiko für einen Mangel sehen und natürlich auch vermehrt die Supplementation empfehlen. Was kann man allgemein verständlich über die Wirkung von Vitamin-D auf den Knochen, aber vielleicht eben auch auf unsere Zellen bezüglich Krebsentstehung sagen? Mal so ein bisschen tiefer in die Zellen hineingeschaut. Ja, jetzt bezogen auf die Knochengesundheit hat Vitamin-D zwei wichtige Funktionen. Es steuert die Calciumaufnahme aus dem Darm und hemmt den Verlust über die Niere und hilft, Calcium in den Knochen einzubauen. Deshalb ist beides wichtig, Calcium und Vitamin-D für die Knochengesundheit. Jetzt bezogen auf die breitere Wirkung auf unsere Gesundheit und den Alterungsprozess. Hier ist spannend, dass praktisch jedes Organ sogenannte Andockstellen hat auf den Zellen für Vitamin-D. So ist zum Beispiel das Gehirn übersät mit Vitamin-D-Rezeptoren, aber auch unser Immunsystem hat überall Andockstellen für Vitamin-D. Als Hinweis, dass Vitamin-D auf der zellulären Ebene eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt bezogen auf das Krebsrisiko, hier gibt es vor allem einen Wirkungsmechanismus, der relevant ist und in der basiswissenschaftlichen Forschung etabliert ist, dass Vitamin-D das gesunde Zellwachstum stärkt und das unkontrollierte Zellwachstum hemmt. Wahrscheinlich über Genexpression, aber das brauchen wir nicht genauer zu erklären. Aber nur für mich, für den Hinterkopf, ist es tatsächlich so, dass dann bestimmte Proteine, bestimmte Enzyme mehr oder weniger gebildet werden, wenn ich Vitamin-D nehme. Ja, das ist korrekt und es ist vermittelt über den zellulären Vitamin-D-Rezeptor. Total. Sollten wir also Vitamin-D mit Kalzium und vielleicht auch Vitamin-K2 zusammen einnehmen? Bezüglich Kalzium ist es wichtig, es ist ein Partner von Vitamin-D. Es braucht beides für die Knochengesundheit. Allerdings jetzt zum Thema Supplementation. Hier würde eine gesunde Ernährung in der Regel die Kalziumzufuhr sicherstellen. Also wir brauchen pro Tag 1000 Milligramm und eine Scheibe Hartkäse hat zum Beispiel 300 Milligramm. Das ist machbar, aber für Menschen, die das nicht schaffen, ist sicher eine Supplementation von Kalzium dann in der Regel 500 Milligramm in Kombination mit Vitamin-D sinnvoll. Und Vitamin-K? Für Vitamin-K gibt es weniger gute klinische Studien, die hier die Kombination unterstützen. Mechanistisch macht es Sinn und wir empfehlen das grundsätzlich aber als Option, aber ohne eine ausreichende Evidenz von großen klinischen Studien. Kann also nicht schaden, könnte sein, dass es was hilft. Genau. Manche sagen sich, naja, ich muss ja nicht unbedingt Vitamin-D nehmen, ich kann ja ganz viel Sonne tanken. Wie viele Stunden müsste man denn pro Tag tanken, um genügend, im Alter wissen wir ja, brauchen wir noch mehr, um genügend Vitamin-D selber herzustellen. Und Vitamin-D ist ja fettlöslich, das heißt, es wird im Körper gespeichert. Dann kann ich mir ja sozusagen, wenn ich viel in der Sonne war, so ein Vorrat anlegen und dann brauche ich kein Vitamin-D einzunehmen. Was ist Ihre Haltung dazu? Bezüglich der sonnenbezogenen Produktion kommt es auf die Jahreszeit an. Also wenn wir uns in den Sommermonaten befinden, dann ist es tatsächlich so, dass die Exposition von Armen und Gesicht ohne Sonnenschutz für 20 Minuten ausreicht, um diese 800 Einheiten zu produzieren. Das ist im Winter unmöglich. Wir haben eine Situation in ganz Europa, dass etwa von November bis Ende April die Sonnenintensität nicht ausreicht, um genügend Vitamin-D in der Haut zu produzieren. Hier müssten wir den breiten Grad 33 überschreiten, also quasi nach Marokko reisen, einmal pro Woche und Sonne tanken. Sonst ist das nicht möglich. Und bezüglich Speicherung, das ist eine ganz wichtige Frage. Können wir im Sommer so viel Sonne tanken und dann den Winter überstehen mit einer guten Vitamin-D-Versorgung? Dort zeigen die Beobachtungsstudien leider, dass das nicht der Fall ist. Die Halbwertszeit ist etwa drei bis sechs Wochen. Also wir sehen dann nach einem sonnigen Sommer in den Blutwerten den Abfall ab Oktober. Und wir erreichen dann den Tiefpunkt im Dezember, Januar und sind dann quasi wirklich nicht optimal versorgt. Was ja auch erklärt, warum etwa jeder zweite Mensch ab 60, vor allem im Winter, einen Mangel aufweist. Sollte man nicht überhaupt hin und wieder mal den Vitamin-D-Blutspiegel messen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Grundsätzlich sind die heutigen Richtlinien und Empfehlungen sogenannte volksgesundheitliche Empfehlungen. Das heisst, man empfiehlt diese 800 Einheiten als präventive Massnahme, die keine Blutspiegelmessung zuerst benötigt. Und es gibt zwei Argumente dafür. Das erste Argument ist, mit diesen 800 Einheiten haben wir eine über 90-prozentige Sicherheit, den Vitamin-D-Mangel zu beheben und Menschen, die keinen Mangel haben, nicht zu schaden. Also das ist das Argument. Die Richtlinien sehen vor, dass wir den Blutspiegel messen bei Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Mangel. Dazu zählen zum Beispiel übergewichtige Menschen oder Menschen mit einer Osteoporose-Fraktur, also einem Knochenbruch bei Osteoporose, aber auch Menschen mit einem dunkleren Hautton oder Menschen mit einer entzündlichen Darmerkrankung. Dort würden wir messen, weil die dann mehr Vitamin-D bräuchten, um den schweren Mangel auszugleichen. Jetzt sagen die Leitlinien, 800 internationale Einheiten pro Tag sind zu empfehlen. Sie haben in Ihrer Studie 2000 pro Tag gegeben. Wieso? Wir haben in DoHealth untersucht, inwieweit gesunde Menschen von einer zusätzlichen Vitamin-D-Gabe profitieren. Also tatsächlich war es so, dass sowohl in Vital, die Partnerstudie in Amerika, wie DoHealth, der europäischen Studie, alle Teilnehmer diese 800 Einheiten einnehmen durften als Basiszufuhr. Das heisst, beide Studien haben die aktuellen Richtlinien nicht untersucht. Es war die Basis. Die Hypothese war, eine höhere zusätzliche Dosierung von Vitamin-D hat einen zusätzlichen Benefit. Und wir haben 2000 Einheiten gewählt, was etwa der Hälfte der sicheren oberen Einnahmegrenze in den heutigen Richtlinien entspricht. Das liegt bei 4000 Einheiten. Das heisst, wenn ich einen krebsprophylaktischen Effekt haben möchte, dann muss ich mehr nehmen als 800 internationale Einheiten, nämlich bei 1000 laut Ihrer Studie. Es zeichnet sich tatsächlich ein Bild ab in der Literatur, dass es möglicherweise für unterschiedliche Ziele in der Prävention, dass es unterschiedliche Dosierungen braucht. Also für die Knochengesundheit und die Sturzprävention sehen wir ein überwiegendes Signal, dass diese 800 Einheiten erfolgreich sind und dass eine höhere Zufuhr keinen weiteren Benefit bringt. Für das Immunsystem, jetzt vor allem anhand dieser grossen Vital-Studie und Do-Health, sehen wir ein Signal, dass hier das Immunsystem noch einen Benefit erhält. Und das bezogen auf die Krebsprävention für jegliche invasive Krebserkrankungen anhand Do-Health, allerdings in Kombination mit Vitamin D und Training und in Vital für Vitamin D, für die fortgeschrittenen Krebserkrankungen, für die Krebsmortalität und das Risiko jeglicher Autoimmunerkrankungen. Also dann werde ich natürlich in Zukunft immer 2.000 internationale Einheiten zu mir nehmen täglich. Manche nehmen ja 20.000 internationale Einheiten pro Woche. Es gibt ja sogar 60.000 internationale Einheiten. Wie stehen Sie dazu? Auch eine ganz, ganz wichtige und aktuelle Frage, weil wir anhand der aktuellen Studien, aber auch schon frühere Studien, ein Signal, was sich jetzt leider immer wieder bestätigt hat, sehen, dass die sogenannten Bolusgaben von Vitamin D keinen Vorteil bringen. Bei älteren Menschen, die gefährdet sind für Stürze und Frakturen, sehen wir sogar eine schädliche Wirkung. Und wir empfehlen in den Richtlinien die tägliche Einnahme von Vitamin D. Das hat möglicherweise mit der Halbwertszeit von Vitamin D selbst zu tun. Also das reine Vitamin D, bevor es verstoffwechselt wird, hat eine Halbwertszeit von etwa 20 Stunden und wird in die Zelle aufgenommen. Und um diesen Benefit zu haben, ist die tägliche Gabe wahrscheinlich wertvoll und erklärt, warum wir in der Literatur so unterschiedliche Signale sehen, Vitamin D täglich gegeben und dann die unnützen Bolusgaben, wo sich entweder kein Benefit zeigt oder sogar ein Schaden bei Menschen, die vulnerable sind. Und Bolus heißt eben hochdosiert 20.000 internationale Einheiten, aber 10.000 gehören da auch schon dazu. Jetzt nehme ich also 2.000 pro Tag, um Krebs vorzubeugen. Gilt das eigentlich für alle Krebsarten? Wir haben InduHealth jegliche Krebsarten untersucht, die invasiven neuen Krebserkrankungen. Und in der Vitalstudie war es dasselbe. Wir haben nicht aufgeschlüsselt nach individuellen Krebsarten. Es war wirklich jegliche Krebserkrankung. Und ich denke, das darf man auch so interpretieren. Was ein klarer Hinweis darauf ist, dass es ein starker Booster für unser Immunsystem sein muss, das Vitamin D, das ja auch Krebszellen killt. Genau, Vitamin D hat diese Wirkung der zellulären Stabilisation und der Hemmung der Entartung anhand der basiswissenschaftlichen Daten. Das ist der Mechanismus. Kommen wir zum zweiten Kandidaten. Das Dreiergespanns gegen Krebs, das ist Omega-3-Fettsäuren. Was wusste man bisher, was Sie im Körper Positives bewirken? Und dann kommen wir gleich zu dem, was Sie neu herausgefunden haben. Omega-3 und insbesondere natürlich die mediterrane Diät, die auf diesem Pfeiler auch aufbaut, mit den Quellen Fisch und Olivenöl sind in der Literatur verankert, vor allem für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Es gibt aber auch Hinweise für Arthrose, Schmerz und Prävention von Autoimmunerkrankungen. Und wenn wir schauen, was Omega-3 bewirkt bezüglich Herz-Kreislauf-Gesundheit, dann ist das einerseits eine anti-entzündliche Wirkung, andererseits eine Verbesserung der Durchblutung und eine Verbesserung des Lipidstoffwechsels. Und wenn wir die Daten der Vital-Studie heranziehen als große präventive Studie, dann bestätigt sich hier der Benefit auf das Herzinfarktrisiko. Und bei den Studienteilnehmern, die zu wenig Omega-3 über die Ernährung hatten, dort brachte das Supplement eine Verminderung aller Herz-Kreislauf-Ereignisse. Also das ist jetzt in Do-Health noch nicht ausgewertet. Dort sind wir noch dran, was die Herz-Kreislauf-Ereignisse betrifft. Die neuen Ergebnisse, Sie haben das angesprochen, auf das Krebsrisiko. Hier sehen wir in Do-Health eben dieser Beitrag individuell, eine kleine Reduktion und dann signifikant in Kombination mit Vitamin D und dem Training. Und hier ist vor allem der anti-entzündliche Wirkungsmechanismus, der auch bei der Krebsentstehung relevant ist und natürlich insgesamt relevant ist, wenn wir an den Alterungsprozess an sich denken. Lassen Sie mich kurz noch mal zum Vitamin D zurückkommen, das ja fettlöslich ist. Dann haben wir die Omega-3-Fettsäuren, auch fettlöslich. Wann sollte man denn beides am Tag essen? Auf nüchternen Magen bestimmt nicht, gell? Wohl Omega-3 wie auch Vitamin D sind empfohlen mit einer Mahlzeit, weil Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und Omega-3 bietet sogar Fett. Also die Kombination macht Sinn. Wir wissen aber aus neueren Daten zu Vitamin D und in Amerika ist es umgesetzt im Orangensaft, dass Vitamin D auch gut absorbiert wird über ein Getränk und sogar eben nicht nur über oder in Verbindung mit einer Mahlzeit gut aufgenommen wird. Das heißt, Orangensaft mit Vitamin D wird gut aufgenommen. Das heißt, das kommt dann auch tatsächlich gut in all meinen Zellen an. Genau. Also es war in Amerika, ist ja die Milch traditionell supplementiert mit Vitamin D. Das sind 100 Einheiten pro Glas Milch. Und man hat im Verlauf eine alternative Quelle anbieten wollen. Und da ist jetzt der Orangensaft gibt es supplementiert in der gleichen Menge und hier wurde gezeigt, dass das auch sehr gut absorbiert wird und den Blutspiegel auch entsprechend anhebt. Ja, wobei man eben den vielen Zucker im Orangensaft auch nicht unbedingt toll findet. Ja, es ist einerseits der Zucker, aber andererseits hat Orangensaft Kryptoxantin, ein Beta-Karantin, was sonst kaum vorkommt und wir bezüglich Demenzprävention spannend finden. Das hat ein kleines Glas Orangensaft. Oder eine Orange direkt essen ohne Saftfessung. Eine Orange direkt ist das Allerbeste. Ganz genau. Jetzt ist die Frage natürlich, die sich viele stellen, da gibt es doch jetzt so viele Omega-3-Fettsäurenpräparate. Es gibt die aus Leinöl, es gibt die aus Krustentieren, aus Algen. Welche sind denn die effizientesten und vielleicht auch biodiversitätsadäquatesten? Die effizientesten sind die Quellen, die wichtigen Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, direkt liefern. Und das sind, wie Sie erwähnt haben, das Grillöl, das Fischöl und die algenbasierte Omega-3-Quelle. Leinöl braucht einen Umwendungsschritt und ist damit weniger effizient. Und wenn wir jetzt an Nachhaltigkeit denken, dann ist sicher eine Präferenz das algenbasierte Omega-3 und für uns in Do-Health war das auch das Produkt, was untersucht wurde. Wir hatten algenbasiertes Omega-3. Wunderbar, denn diese Grillölproduktionsmaschinerie fängt ja ganz, ganz vielen Meerestieren ihre Grundnahrung weg. Und deshalb bin ich auch persönlich wirklich eine erklärte Gegnerin von Grillöl. Ja, und wir können, wir haben nicht genug Fischressourcen, um Fisch als primäre Quelle von Omega-3 global zu etablieren. Das ist nicht nachhaltig. Ja, und vor allem fetter Fisch wird ja auch häufig in Gehegen gezüchtet. Und da sind nicht immer nur die richtig schönen Dinge drin, sondern wir finden da ja Hormone, wir finden da Antibiotika und noch einiges. Vielleicht dann auch in den Tabletten beziehungsweise Kapseln. Genau, und hier hofft man natürlich auch, dass eine Algenproduktion ohne Schadstoffe möglich ist und uns nachhaltig dort unterstützt. Und da gibt es ja endlich auch Präparate auf dem Markt. Algenbasiertes Omega-3. Jetzt kommen wir zum dritten Faktor, der Antikrebsliga der 3. Das ist die Bewegung, die Sie in der Studie immer kombiniert haben mit Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren. Was für eine Bewegung ist das denn? Wir hatten ein einfaches Krafttrainingsprogramm für zu Hause, extra für Do Health, mit einem Video und einem Handbuch unterstützt, instruiert. Es braucht dazu keine Gerätschaften und die Instruktion war, dass man dreimal pro Woche 30 Minuten das Programm umsetzt. Das Programm ist verfügbar, es ist denkbar, einfach und kann überall umgesetzt werden. Natürlich weiß jeder, Bewegung ist gut und hilft uns beim lange gesund bleiben. Was gibt es für Nachrichten für Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema, was bringt uns das denn auf Zellebene? Was bringt uns das, dass man nachweisen kann, es hält uns länger gesund, damit ich verstehen kann, warum ich mich bewegen soll? Das muss uns doch mal jemand erklären. Also, kurz gesagt, Bewegung ist der zentrale Pfeiler für ein gesundes Älterwerden. Es gibt eine beeindruckende Literatur, die zeigt, Menschen, die sich bewegen, haben ein geringeres Risiko für alle chronischen Erkrankungen, Funktionsverlust. Menschen, die es schaffen, die 10.000 Schritte pro Tag zu gehen und dort gibt es eine Dosis-Wirkungsbeziehung, aber die, die diese 10.000 Schritte schaffen, haben eine 40-prozentige Reduktion der frühzeitigen Sterblichkeit und es ist vor allem wertvoll, die leichte physische Aktivität. Und bezogen auf das Krebsrisiko wissen wir, dass Bewegung das Absterben von Krebszellen begünstigt und Bewegung insgesamt das Immunsystem stärkt und uns hilft, eben die schädlichen Einflüsse auch bezüglich entzündlichen Reaktionen zu vermindern. Und auch wieder hier, es ist die leichte physische Aktivität, nicht der Marathonlauf. Und wir sehen jetzt in der neuen Forschung im Rahmen von Geroscience, wo es darum geht, das biologische Alter besser zu verstehen und uns zu helfen, eine Prävention auf den Weg zu bringen, welche das biologische Alter verlangsamt, dass die Bewegung ein wichtiger Mechanismus ist in der Regulation unserer genetischen Risiken. Also man nennt das auch die Epigenetik, die hier erbliche Risiken an- und ausschalten kann. Also wer es schafft, ein aktives Leben zu führen, macht einen ganz wichtigen Beitrag zur Gesundheit. In der Do-Health-Studie haben Sie nun diese drei Kandidaten zusammengebracht. 2000 internationale Einheiten Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren ein Gramm pro Tag und dann Bewegung dreimal in der Woche mindestens 30 Minuten. War das Ihre Idee, diese Kombination zu testen, international, in einer so großen Studie? Und wenn ja, wie kamen Sie drauf? Wir hatten ein internationales Team zusammengebracht, die hier alle aktiv überlegt haben, welche drei Massnahmen möchten wir untersuchen und wie setzen wir das um. Und das waren Forscher aus ganz Europa und der Harvard University, die hier mitgedacht haben. Und die Idee war, dass wir drei Massnahmen untersuchen möchten mit unterschiedlichen Wirkungspfaden auf den Alterungsprozess und damit eben die Erwartung verbunden, dass deren Kombination uns dann quasi den höchsten Benefit bringt. Und dieses Ergebnis zeigte sich bisher vor allem für die Krebsentstehung und für die frühzeitige Gebrechlichkeit. Und das ist spannend, weil das sind beides Modelle für einen akzelerierten, also einen verschnellerten Alterungsprozess. Und der nächste Schritt, der im Moment stattfindet, ist wirklich die biologischen Mechanismen dahinter über epigenetische Uhren zu untersuchen. Das ist im Moment, sind das die Analysen, die stattfinden. Und dann haben wir noch mal einen ganz klaren Hinweis darauf, dass wir die Alterungsgeschwindigkeit tatsächlich drosseln können. Das ist eine super Nachricht. Kann man aus der Studie und ihren Ergebnissen etwas über die Sterblichkeitsrate der Teilnehmer an dieser Studie sagen? Die Sterblichkeitsrate war ein Untersuchungsendpunkt, aber wir hatten so eine geringe Sterblichkeit dieser gesunden Teilnehmer, war, dass es praktisch keine Unterschiede gab. Und das ist ja sehr erfreulich. Vielleicht können Sie uns noch einmal zusammenfassend sagen, was die positiven Effekte dieser drei Langlebigkeitsfaktoren in der Studie waren, vielleicht auch mit Prozentangaben. Ja, wir haben in DoHealth untersucht, inwieweit drei individuelle Massnahmen, Vitamin D, Omega 3 und ein einfaches Trainingsprogramm für zu Hause relevant sind für die gesunde Langlebigkeit. Und bezogen auf das Krebsrisiko und das Risiko einer frühzeitigen Gebrechlichkeit zeigten die drei Massnahmen einen additiven Benefit. Das heißt, eine kleine Verbesserung mit nur einer Massnahme, eine stärkere Verbesserung in der Doppelkombination und der stärkste Effekt in der Kombination aller drei Massnahmen. Und das war eine 61-prozentige Verminderung aller neuen invasiven Krebserkrankungen über drei Jahre und eine 39-prozentige Verminderung des Risikos einer frühzeitigen Gebrechlichkeit. Das sind sensationelle Nachrichten. Mich wundert es ein bisschen. Ich habe von der Studie gehört, als sie auf den Markt kam, veröffentlicht wurde. Ich meine, das ist jetzt zwei oder drei Jahre her. Aber es hat gar keine Bombe im Gesundheitsdiskussion zur Folge gehabt. Es gab keine Explosion, dass man jetzt sagt, Leute, nehmt alle 2000 internationale Einheiten Vitamin D, ein Gramm Omega-3-Fettsäure und bewegt euch mindestens dreimal in der Woche 30 Minuten mit Muskelkrafttraining. Wieso ist das nicht so richtig breit in die Öffentlichkeit gelangt? Die Ergebnisse zur Krebsprävention und Gebrechlichkeit, die wurden tatsächlich international breit aufgenommen. Auch das Hauptergebnis, die erste Publikation zu Do Health, die aber im Grunde uns ja mitteilte, dass wenn man gesund ist und keinen Vitamin-D-Mangel hat, dann sieht man für verschiedene Endpunkte keinen Benefit wie Kognition, wie Beinfunktion, wie die Infektrate und Blutdruck. Und ich denke, das ist natürlich auch eine wichtige Mitteilung, dass wir dort den zusätzlichen Benefit nicht haben und jetzt sehen wir für Krebsrisiko und Gebrechlichkeit ist das relevant und man sieht diesen Benefit. Also wir haben viel gelernt aus diesen Daten und lernen weiter. Im Moment geht es zum Beispiel um Magen-Darm-Beschwerden. Also wir sind immer noch am Anfang diese Daten auszuwerten. Vielleicht sind das jetzt 5%, die ausgewertet sind. Und man sieht international, dass DoHealth als Langlebigkeitsstudie verankert ist. Also sie ist jetzt immer dabei und wird berücksichtigt und diskutiert. Auch letztes Jahr am NIH war DoHealth neben Vital ein wichtiges Thema und inwieweit wir hier Signale für die Prävention von morgen ablesen können. NIH, das National Institute of Health in den USA. Auf jeden Fall hat diese Studie sehr viel bewegt. Lassen Sie uns doch einmal anschauen, was das für Konsequenzen für jeden von uns in verschiedenen Altersstufen haben könnte. Ist es so, dass ein 20 bis 40 Jähriger beispielsweise schon gut beraten ist, auch 2000 internationale Einheiten Vitamin D und 1 Gramm Omega-3 Fettsäure Plus Bewegung zu nehmen, das heißt einzusetzen? Das heißt also früh anfangen mit diesem Dreier Booster? Also da gibt es wie zwei Mitteilungen. Die eine ist strikt bezogen auf die Studien, die wir heute haben und die Evidenz bezieht sich auf Menschen ab 50 und jetzt muss man überlegen, inwieweit macht es Sinn, das in jüngere Altersstufen auch zu übertragen? Das ist nicht geklärt. Was wir aber wissen und auch jetzt international vertreten, ist, dass es Sinn macht, so frühzeitig wie möglich mit präventiven Lebensstilfaktoren zu beginnen. Dort gehört vor allem auch die Bewegung dazu und dort gibt es kein zu junges Alter. Aber wir sehen auch in Do Health, es ist nie zu spät, um einen Erfolg in der Prävention zu erlangen. Ich denke, die ganz wichtige Mitteilung, die auch Do Health signalisiert, ist, wenn wir präventive Massnahmen kombinieren, man nennt es auch multimodale Prävention, haben wir die grösste Chance, verschiedene Wirkungsmechanismen zu bespielen und kleine Effekte addieren sich und machen einen Unterschied in der Prävention. Also wenn ich mir überlege, wie gehe ich mit meiner Prävention um, empfehlen wir heute, nicht eine Sache extrem zu machen, sondern lieber zu überlegen, was passt in mein Leben, was hat dann auch Nachhaltigkeit, also wie stelle ich mein Leben um, dass es gesunde Lebensstilfaktoren beinhaltet, ohne dass ich mich anstrengen muss, dass es wie eine Art neuer Lebensstil wird. Und dazu gehört natürlich mehr als Vitamin D, Omega 3 und Training. dort gibt es dann Themen der gesamten Ernährung, Schlaf, Mindfulness, soziale Interaktion, Offensein für Neues, all diese Themen. Ab welchem Alter raten Sie denn nun, diesen Dreierbooster zu nehmen? Ab 50, Beginn der Studie, also der Studienteilnehmer vom Alter her? Anhand der Vital-Studie würden ja 50 plusjährige Menschen eingeschlossen und die Empfehlung hier darf man dann auch so ableiten. Was auch ganz wichtig ist, wenn wir überlegen, empfehlen wir so eine Supplementation breit, ist, dass sowohl Vital wie auch Do Health gezeigt hat, dass beide Supplemente sehr gut verträglich sind und sicher sind in diesen Dosierungen. Und beide Supplemente kosten nicht viel. Das muss jetzt nicht unbedingt die Krankenkasse bezahlen, das kann man sich wirklich mal selber gönnen, sage ich jetzt. Unterstützen Sie auch. Genau. Sie haben Donna Leon, diese wunderbare Krimi-Autorin, als Botschafterin gewonnen. Welche Aufgaben hat sie und nimmt sie auch alles ganz brav, was sie studienmäßig an Dosis herausgefunden haben? Also was sie einnimmt, müssten sie Donna Leon selber fragen, aber sie ist unser Motor. Sie gibt uns jedes Jahr ein Thema für unseren Öffentlichkeitsanlass, der jetzt wieder im November stattfindet. Und ich kann nur sagen, dass sie enorm fit ist und dass ich wahrscheinlich in einer gemeinsamen Bergwanderung ihr nicht nachkommen würde. Donna Leon wurde letztes Jahr 80-jährig. Und sie ist das beste Beispiel für Healthy Longevity. Sie hat eigentlich kein Alter. kurz noch in die Zukunft geschaut. Sie haben ja schon gesagt, die Datenmengen, die riesigen Datenmengen, die Sie gewonnen haben, werden Sie noch zur Analyse verwenden, welche präventiven Maßnahmen oder welche präventiven Wirkungen diese Dreier-Booster-Konstellation für unsere Langlebigkeit haben kann. Für auf welche Bereiche werden Sie das testen? Magen-Darm haben Sie schon gesagt und was kommt noch? Wir haben alle Organfunktionen im Do-Health erfasst. Das waren jährliche aufwendige Visiten über die sieben Rekrutierungszentren hinweg. Wir haben die Nierenfunktionen, wir haben verschiedenste Funktionen bezüglich Muskel, Knochen. Der ganze Mensch wurde untersucht und das wird jetzt alles nach und nach publiziert und ausgewertet und jetzt im Moment ein neuer Bereich ist die Biologie des Alterns. Do-Health hat eine grosse Biobank etabliert. Das heisst, wir können hier schauen, inwieweit die Massnahmen Pfade beeinflussen, die wir heute als relevant erachten in diesem Alterungsprozess, wie zum Beispiel epigenetische Uhren. und wir sind unterstützt im Moment vom Schweizerischen Nationalfonds und werten epigenetische Uhren aus bezüglich der drei Massnahmen, aber auch anderer Lebensstilfaktoren, die in Do-Health detailliert erfasst wurden. Das Ziel ist, eine neue personalisierte Prävention auf den Weg zu bringen, die uns hilft, den biologischen Alterungsprozess zu verlangsamen. Wir sind glücklich, wir werden noch viele für uns sehr hilfreiche Ergebnisse von Ihnen serviert bekommen. Letzte Frage, was nehmen Sie denn persönlich an Nahrungsergänzungsmitteln oder vielleicht auch anderen Langlebigkeitswirkstoffen? Ich nehme die Do-Health Kombination und versuche mein Leben im Alltag so aktiv wie möglich zu gestalten nach dem Motto jeder Schritt zählt, jede Treppe ist ein Geschenk und dann versuche ich Yoga ab und zu einzubringen und versuche auch Mindfulness Training um vor allem am Abend ein wenig abzuschalten als Maßnahme zu integrieren. Ich bedanke mich in aller Form für dieses extrem aufschlussreiche Interview. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Roge. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.